Herzlich willkommen Leo Oppermann bei uns in Ostwestfalen. Leo, du wechselst vom HSV zum DSC. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Das passt ja wunderbar. Du bist in Berlin aufgewachsen, warst jetzt zuletzt beim HSV. Lieber Döner oder Fischbrötchen? Schwierig, aber schon Döner. Was ist geiler als Torwart? Einen Elfmeter halten oder vorne auch mal einen machen? Elfmeter halten auf jeden Fall. Was ist dein großes Torwart-Vorbild? Großes Vorbild ist Testlegen auf jeden Fall. Und warum? Allein von seiner Art, wie er spielt, fußballerisch und auch was für Bälle erhält. Im Kampf um die Nummer 1 bei uns im Tor, was sind denn deine Stärken? Meine Stärken sind, dass ich niemals aufgebe, immer alles gebe und egal was passiert, ich werde niemals aufhören. Darauf freuen wir uns hier. Herzlich willkommen. Danke, ich mich auch.